Moin Moin, hier ist wieder euer Robin zu euch. Am 25 Grad warmen Tag des 18.07. um 13.29 Uhr. Nochmal eine letzte Aufnahmerunde am heutigen Tage. 30 Minuten. In der Aufstiegszone sind wir schon. Jetzt möchte ich einfach nochmal 30 Minuten hier ganz entspannt spielen. Wir haben in der letzten Folge auch festgestellt, wir haben ja Schiffe. Aber Schiffe können nicht alles kaputt machen. Oh, das Level ist schön, wenn er es jetzt nicht ändert. So, rein da. Ich weiß nicht, ob ich zu viele Boote gesetzt habe, aber am Anfang musste ich ja was machen, in der letzten Folge, weil es kam einfach zu viel. Aber schauen wir mal an. So, wirst du dich wieder hin? So, wirst du dich setzen. So, schiefst du dich beim Abel, lieberst du dich vergleichen? must du dich da, also dein Vater oder dein Vater? So, schiefst du dich, also kannst du dich verabundert. So, ich schiefst euch, mal gerne mögen. So, ich sag dir, dich. So, schiefst du dich, deshalb schiefst du dich, sagst du dich, was ja schiefst du dich, und sagst du dich, jetzt nehm ich, was das gelbe. So, schiefst du dich. So, mir gedacht, was man. So, kommt es zu sein, aber auch nicht locker. So, schiefst du dich. So, ihrregst du dich, immer fielst going. So, co thermosatoren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Nice! Da gehe ich auf den Standard und da gehe ich auf den Moab. Come on! All right! Okay! 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 Ah, da kommt ein bisschen lila aber ist okay. Okay! Jetzt haben wir hier einmal und dann können wir 8-5. Okay! 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 Bye! Incoming! They're getting through! Come on! Ahhhh... Das sind schon wieder... Jo... Passiert... Ja... Platz 7... Okay... Was hat er hier noch? Ah, okay, gut... Aber das soll mir egal sein... Ich sage Tschau mit Frau Robin! Tschüss!